Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Schön, heute wieder kuchen. Heute zeige ich euch Rotkohl mit Orange an Geste. So, wir können jetzt anfangen. Geste bin ich schon am Kuchen. Ein bisschen Kokosöl. Sämt zusammen. Jetzt schneiden wir Rotkohl. Spengelsamen. Zwei Stück Lorbeil. Stehenanis. Das zusammen ist ein ruhiger Geschmack. Ein bisschen Tomatenmark. Gemüse Bujong-Abdel-Sauce. Ein bisschen Salz dazu. Und Pfeffer. Mit Deckel circa 10 Minuten Kokolasin. Auf der Essig. Nicht ganz wenig. Oranges. Alles kann bleiben. Das Geschmack sehr lecker. Und plus noch Oranges auch. Abwischen. Voilà. Also, jetzt ohne Lecker. Und noch mal Kuchen lassen. Ein kleiner Tipp. Die Geste. Übernach Eiweichen geht schnell. Ein bisschen Erdheferflocken. Und Mannenmus. Das zusammenmischen. Das ist sehr, sehr lecker. Also, jetzt fertig. Machen wir jetzt andeten. Sie schön aus. Ein guter. Jetzt muss ich probieren. Tschüss. Und zusammen mit Gerlster ist sehr rund. Sehr lecker. Also, vielen Dank für's Zuschauen. Bis nächstes Mal. Tschüss.